Waisen Rentner können jubeln. Energiepreispauschale auch für Waisen und Halbwaisen Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie können sich vielleicht noch erinnern, als Anfang September 2022 das Thema Energiepreispauschale für Rentner durch die Bundesregierung beschlossen worden ist. gab es schon die ersten Hinweise, wer hier eventuell Anspruch auf die Energiepreispauschale für Rentner haben kann. Und zu diesem Zeitpunkt war davon die Rede, dass Waisen und Halbwaisen Rentner oder Halbwaisen Rentenbezieher keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale haben sollen. So hat sich das in den ersten Mitteilungen und entsprechenden Meldungen dann auch letzten Endes erst einmal ein bisschen verfestigt. Aber seit dem 20. Oktober 2022 steht fest, dass der Kreis der Berechtigten wegen Bezug einer gesetzlichen hinterbliebenen Rente nicht eingeschränkt wurde. Der Gesetzeswortlaut des Gesetzes zur Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsberechtigte, kurz Rent-EPBG genannt, erfasst als gesetzliche Rentenbezieher wörtlich unter anderem die gesetzlichen hinterbliebenen Renten. Da gibt es im Gesetz keinerlei Einschränkungen. Zu diesen hinterbliebenen Renten zählen unter anderem die Witwenrente, die Witwerrente, die Erziehungsrente, Waisen- und Halbwaisenrenten. Und dann gibt es auch noch andere Arten von gesetzlichen hinterbliebenen Renten. Eine Einschränkung des Anspruchs nur auf die Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente ist aus der Begründung und aus dem Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmen. Insoweit dürfen sich auch Waisen- und Halbwaisenrentner freuen, wenn sie am 1.12.2022 diese Art der hinterbliebenen Rente beziehen und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Sie werden dann auch die 300 Euro Energiepreispauschale von ihrer Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie in unseren FAQs zum Thema Energiepreispauschale auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.